Tamara, du möchtest dem Rico also noch eine zweite Chance geben? Ja. Ja, das möchte ich. Okay, bist du da auch ganz sicher, Tamara? Ja, ich möchte das nochmal versuchen mit dem Rico. Okay, aber dann hockt er wieder nur aufeinander und geht euch auf die Nerven und nach spätestens zwei Wochen trennt er euch sowieso wieder? Ja, wir können ja auch mal in den Zoo oder so. Okay, aber was ist wenn dich der Rico wieder betrügt? Das war ja eigentlich meine Schuld. Okay, war es denn auch deine Schuld, dass dich der Rico im Vollsoftwindel weichgeprügelt hat? Ja, ich bin dem da ganz ungünstig in die Faust gelaufen. Okay. Tamara, dein Rico wird sich niemals ändern. Der ist ein versoffener Schläger, der war schon immer ein versoffener Schläger und der bleibt auch immer ein versoffener Schläger. Gut, aber ich finde doch jetzt auch keinen anderen. Ich meine, kick mir an. Du hast ja natürlich auch wieder recht. Du bist nicht gerade ein Hauptgewinn und ich nehme an, im Bett bist du auch keine Riesengranate. Nee, das ist ja auch genau das Problem. Also deshalb schlägt er mir ja auch. Okay. Versteht das? Ja. Also Tamara, ihr beide habt euch wirklich verdient und deshalb habe ich jetzt noch eine klitzekleine Überraschung für dich. Ich würde dir gerne was zeigen. Komm mal mit. Tamara. Stopp. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter links. Stopp. Sagt man da? Hmm? Freund. Riko. stimulate. Wer bist hier du blöder Fotze? ! Oh nee, nu Rico? Die heißt Tamara. Word redet dein mit dir, du alte Schwuchtel?